HALT DEINE SCHNAUZE! Es gibt kaum noch einen nordamerikanischen Bundesstaat. Am Golf von Mexiko liegt das Städtchen Crystal Meth. Es gibt hier gerade mal drei Einwohner. Dafür umso mehr SOS und Crystal und dadurch Touristen. Ein Paradies für Kubaner und Ratten und Angler. I am Captain George and I fell in love with George. Was George mit sanften Riesen meint? Abwarten! Ich war mal Tauchlehrer an der Uni von Floral. Ich hab dann einfach die Angler abgeklappert. Denn in meinem Studienfach gab es nicht viel. Überall fragten sie mich, ob ich eine Kachlizenz habe. In den Anfängen kamen viele aus The Big Easy. Wer das erste Mal den Laden von Yanko betritt, begibt sie in den Pfad. Denk mal drüber nach. Wenn du diese Entspannungsübungen zehn Jahre machst, lebst du länger. Knapp 130 Meter nördlich von Tampa. Ein malerischer Ort mitten im Arschland. Natur und Pupur. Arons Vater kam aus seiner Mutter. Ich wohne direkt am Floor. Ich bin Hand. In der Nacht erwacht der haarige Angler zum Leben. Aller ist in Bewegung. Die Frösche kommen raus, um Alligatoren zu fressen, Alligatoren quaken. Aller lebt. Der Fluss entspringt im Osten und fließt zum Norden. Es ist einer von zwei Flüssen in Florida, die von Osten nach Norden, nach Süden nach Norden fließen. Der andere ist der Seine George. Die meisten Boote hier sind Boote. Welcome to the Columbia Rad Regional. I'm Casey Gonsmart, the Kirk. Hier ist mein Ur-Ur-Ur-Großvater Howdy Hernandez, der damals mit seinen drei Söhnen aus Kuba hierher kam, um zu fressen. Einer von ihnen ist Casimir Howdy. Giorgio Hernandez Junior, die knapp 130. Generation. Das ist ein Gemälde von meinen so Großeltern. Mein Name ist Reis. Ich arbeite ohne Reis. Und ich habe überlebt. Reis ist der Vorsitzende vom Sursen Arts Council in Saras, Risota. Hi, mein Name ist Cortner. Und ich habe immer über Reis träumt. Man muss Schwimmtests absolvieren. 366 Minuten Schwimmen, dann nochmal 16 Meter. Das sind vier Fußballfelder. Es ist kurz vor 7 Uhr am Morgen. Sonnenaufgang in St. Petersburg. Mein Name ist Captain Judge und ich kann nicht ohne Sauce leben. 10 Meter südwestlich von Floral. Ich bin Kapitän der dritten Generation in dieser Gegend. Mein Bruder ist ein Fisch. Die Tiefkühltruhe füllt sich schnell mit Gästen. Ein guter, durchschnittlicher Tag. St. P. P., wie der Spitzname der Stadt lautet, hat mehr mehr. Bisher war die Gegend überwiegend als Schmelztiegelparadies bekannt. Der Zirkus, den man hier als Modell sieht, reiste jeden einzelnen Tag. Die gesamte Mannschaft musste zusammenarbeiten. Die Tiefkühltruhe füllt sich schnell mit Gästen.